Okay, wunderschönen guten Morgen, da konnte ich mich nicht zurückhalten. Happy beautiful morning, I couldn't hold myself back with this. Okay, ich würde sagen, lass uns beginnen, let's start. Wir haben heute eine außergewöhnliche Kombination, a little unusual combination. Okay, ich würde sagen, Om 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 Jugaat Gure Nami, Sath Gure Nami, Seregurde Fainami. Hat Gure Nami, Jugaat Gure Nami, Sath Gure Nami, Seregurde Fainami. Hat Gure Nami, Jugaat Gure Nami, Sath Gure Nami, Sert Gure Nami, Seregurde Fainami. Okay, nochmal herzlich willkommen. One more time. Welcome everybody. Ich hoffe, du hast frohe Festtage. I hope you have happy holidays. Heute machen wir eine, ja, ich würde sagen etwas ungewöhnlich, aber wirklich sehr, sehr spannende Kombination. Today we do maybe a little unusual, but very interesting combination. Und ich sage jetzt schon mal was zur zweiten Meditation. Danach sage ich nochmal was dazu. And I say one more time something to the second meditation. And I will say it again afterwards. Wir werden miteinander ein Shabbat chanten. We will chant the Shabbat together. Und eventuell kennst du die Worte nicht. Ich kenne sie zum Beispiel auch nicht. And maybe you don't know the words. I also don't know them. Und es geht wirklich darum, dass du den Klangstrom reproduzierst. Deswegen werde ich auch die Worte nicht posten. Ja, so it's about reproducing the sound current. This is also why I will not post the words. Okay? Ich pack das aber gleich nochmal, but I will say this again. In der ersten Kriya produzieren wir folgenden Klang miteinander. Und zwar den Klang. We, 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 we. Und du produzierst oder du wirst fühlen, dass du diesen Klang über das Herz zu den Lippen bewegst. You will see that you actually move the sound current from the heart towards the lips. We, 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 we. Und dann kommst du in diese Position. And you're going to come into this position. Und du drehst die Finger. And you're going to circle your fingers. Die Augen sind einfach nur geschlossen. Die Eyes will be closed. Und dann produzieren wir miteinander den Klang. Und ich habe das aus der Klasse rausgeschnitten, dass wir so ein bisschen diesen Hintergrundklang haben, das in der Gruppe zu machen. Weil we, we, we. Gut, dann schließ die Augen. Close your eyes. Das ist etwas leise. It's a low recording. Aber nimm einfach nur diesen Klang an. Just take the sound. Die Augen geschlossen, die Eyes are closed. Und dann schließ die Augen. Zeigefinger kreisen immer zu dir. They always circle towards you. Die Handflächen zeigen zueinander. The palms are facing each other. Die teeth either. Das ist etwas leise. Vielen Dank. 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 Atme. Atme. Wow. Wow. Atme aus. Inhale. Atme aus. exhale. Tief in. deep in. Atme. 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 Vielen Dank. Okay, dann ganz sanft locker dich, and very gentle loosen yourself, and bleib in den Bewegungen rund. Just stay round in these movements. Vielleicht magst du die Beine ausstrecken für einen Moment? Maybe you like to stretch your legs for a moment. Okay, in der zweiten Praxis spiele ich einen Shabbat in the second practice. I will play a Shabbat. Und bei diesem Shabbat ist es nicht wichtig, dass du die Worte kennst. So with this Shabbat, it's in no way important you know the words. Sondern es geht darum, dass du aus dem Hören in den meditativen Zustand gehst, wo du die Worte in Klang übersetzt. Wie auch immer das für dich passiert. So in this it is about that you actually translate the words into sound. And however this is happening to you. Okay? Gib dich dem einfach hin. You just surrender to this. Und dann nimmst du deine Hände in dieser Weise. You will take your hands in this way. Aber du möchtest eine Kleinigkeit machen. You want to do one little thing. Du möchtest eine kleine Höhle machen. You want to make this little cave. Oder du möchtest die Luft in den Handflächen halten. You want to hold the air in your palms. Mach das ganz, wirklich ganz bewusst. Die linke Hand zeigt nach vorne, die rechte nach oben. The left palm is facing to the front. The right is right with the palms facing up. Und dann greifst du die Luft. And then you take the air. Und dann schließt du das richtig gut. Then you're going to close this in a really good way. Und du hältst diese Luft die ganze Zeit in deiner Hand. Dieses Prana. You're holding the air. This Prana in your palms. Dann schließt du die Augen. You close your eyes. Und dann greifst du diesen Shabbat auf. And then you're going to take on this Shabbat. Dr. Amen. 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 Gürdeh Gurdewa Svami Parmesida 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 Amen. Kurdeva Tiritha Amrita Sarovara 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. 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 Amen. 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 Atme tief an in der Lieb. Atme aus. Exhale. Ein in. Und aus. Out. Und in. Und out. Aus. Und entspannen. Relax. Und aus. Und lausche. Listen. Und lausche. Listen. Und frei. Listen. Completely free. Amen. 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 Und aus. Bring die Hände zusammen. Bring die Hände zusammen. Put die Hände zusammen. Und aus. Und aus. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, nicht viel zuzufügen, no? Not much to add. Wir sehen uns morgen früh. We meet tomorrow morning. Okay. 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 Und ich würde sagen, für die, die bleiben wollen, machen wir noch ein bisschen weiter. For those who want to stay, we continue with one more practice. Okay. Okay. Für die, die bleiben wollen, for those who want to stay, wir machen immer noch eine weitere meditation. We always practice this last little meditation. Okay. Ich stecke aber meine Beine. Du fühlst deinen Schwerpunkt, you feel your point of gravity. Okay. Okay. Du formst ein O-Mund, you form your O-Mouth. Mach die Zeigefinger etwas fest, synchron mit dem Gefühl vom Schwerpunkt. Und you tighten your index finger slightly synchronized with the sensation of the point of gravity. Okay. Okay. Schau geradeaus durch die geschlossenen Augen ohne Fokus. Look straight through your closed eyes without any focus. Und dann hat man lang und tief und im Brief long und deep. auch bei unserem Spuss Bye. Vielen Dank. 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 Und... Synchronisiere die Finger, den Nabel, den Rest des Körpers, synchronize die Finger, den Rest des Körpers, den Rest des Körpers, die Nabel und den Rest des Körpers. Und aus, exhale. Und das ist mal, das ist mal. Und in Japan, relax. Und in Japan, relax. Ja, wunderbare Energie heute, ne? It's a wonderful energy today. Wir sehen uns morgen. We meet tomorrow. Have einen fantastischen Tag. Have a great day. Wie auch immer du ihn genießt, however you enjoy it. Bis morgen früh. See you tomorrow morning. Macht's gut. Ciao. Ciao. Vielen Dank.